Deutschland ist aufgewacht, insbesondere was Disruption durch digitale Technologien angeht, weil wir gerade beobachten können, dass Wertschöpfungsketten völlig neu konfiguriert werden. Also wir sehen im Moment, wie sich ein klassisches Bankenmodell verwandelt und wie ein Großteil der Dienstleistungen, die heute noch in Banken angeboten werden, in irgendeiner Weise in Apps abwandern und Koordinationstätigkeiten von Dienstleistern plötzlich ganz anders aufgestellt werden. Wir sehen, wie im Ausbildungsbereich EduTech in Neudeutsch auch ganz neue Dienstleistungen angeboten werden, die völlig neben denen stehen, die die klassischen Anbieter Universitäten zur Verfügung stellen. Welche Bedeutung das hat, können wir, glaube ich, im Moment noch gar nicht abschätzen. Aber hier tut sich gewaltig etwas in den Wertschöpfungsketten und es gibt Disruptionen. Für einen Innovationsforscher ist das eigentlich ein uralter Begriff. Der taucht schon in den 60er Jahren auf, ist viel diskutiert. Und es gibt einige interessante empirische Ergebnisse aus der Beschäftigung mit diesem Phänomen, nämlich die, dass alle zunächst denken, dass sie nicht von einer disruptiven Innovation erfasst werden, bis es zu spät ist. Dass auch etablierte Unternehmen, die sehr erfolgreich gewesen sind, zu lange warten, bis sie auf eine neue disruptive Technologie aufspringen. Es ist sehr schwer, Disruptionen zu erkennen, insbesondere dann, wenn man erfolgreich ist. Dann ist man vielleicht auch irgendwo von schlechten Nachrichten isoliert und will die gar nicht so gerne wahrnehmen. Start-ups sind sozusagen Experimente. Viele Start-ups werden nicht erfolgreich sein, aber sie sind für die Gesellschaft, für unsere Industrie, für unsere Wirtschaft sehr wertvoll, weil sich damit ausprobieren lässt, was funktioniert. Und diese Experimente funktionieren auch in einem Umfeld, wo der Wandel sehr radikal ist. All diese Experimente könnte man in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung auch eines Großunternehmens überhaupt nicht durchführen. Insofern ist es ein wertvoller Mechanismus, den wir erschließen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir Deutschland in ein gigantisches Silicon Valley verwandeln wollen. Diese Befürchtung steht ja manchmal im Raume. Das wäre keine sinnvolle Zielvorstellung. Aber wir können uns abschauen, wie wir etwas mehr Flexibilität und etwas mehr an der Fähigkeit entwickeln, auch mit radikalem Neuem umzugehen. Es gibt eine sehr spannende Entwicklung in Deutschland. Ich glaube, alle DAX 30 Unternehmen haben inzwischen Akzeleratororganisationen, haben Inkubatoren ins Leben gerufen, weil sie wahrgenommen haben, dass die internen Forschungs- und Innovationsabteilungen nicht mehr ausreichen, um die notwendigen Ideen, die notwendigen Impulse zu liefern, die das große Unternehmen innovativ und produktiv halten. Und aus dieser Situation heraus werden halt diese Organisationen, Akzeleratoren geschaffen, in denen dann versucht wird, mit Start-ups zusammenzuarbeiten. In denen versucht wird, aus dem eigenen Unternehmen heraus unternehmerische Impulse zu generieren. Beispielsweise von Mitarbeitern, die eine neue Idee haben, diese aber im Regelbetrieb des Unternehmens einfach nicht durchbringen können. Und diesen Mitarbeitern wird dann Freiraum gegeben. Vielleicht werden auch von außen Start-ups hereingeholt, die dann in einem Themenfeld, das für das große Unternehmen interessant ist, aktiv sind. Das sind sehr spannende Experimente. Ich glaube, wir haben noch keine festen Modelle, von denen wir sagen können, die funktionieren immer. Hier wird schlicht und ergreifend probiert, was besonders gut funktioniert. Und das ist sehr ermutigend, das zu sehen, weil da die Stärken des Großunternehmens zusammengebracht werden mit der Neugier, mit den radikalen Innovationen, die aus solchen Start-ups herauskommen. Der beste Garant, Zukunftstrends nicht zu verpassen, ist eine gut entwickelte Grundlagenforschung. Und die haben wir in Deutschland auch. Wir haben in vielen Bereichen führende Wissenschaftseinrichtungen, führende Wissenschaftler, die neue Ergebnisse relativ früh aufgreifen und tatsächlich in herausragender Weise verarbeiten und ohne Anwendungsbezug erforschen. Und das ist, ich sage gerade, das ist eine Versicherungspolize für die gesamte Wirtschaft und insofern ist es wichtig, das zu haben. Was wir vielleicht stärker haben müssen, ist dann der Transfer aus der Grundlagenforschung heraus in die Anwendungsbereiche. Wir haben in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eine sehr vielversprechende Computerindustrie gehabt. Wir haben es aber nicht geschafft, die aufzubauen zu einem Maßstab, zu einer Skalierung, die dann letztlich Weltgeltung erreicht hat. Wir alle kennen inzwischen die kleinen Roboter, die über den Teppich wieseln oder den Boden reinhalten. Das sind leider keine Innovationen, die in Deutschland entstanden sind, die aber inzwischen einen beträchtlichen Markt darstellen. Wir sind in Deutschland hervorragend aufgestellt im Bereich der Industrierobotik. Sowohl was die Wissenschaft angeht, wie auch im Bereich der Patentierung. Wir haben einige Unternehmen im Lande, die dort absolute Weltmarktführer sind. Wo wir als Kommission Verbesserungspotenzial sehen, ist die Service-Robotik. Und wir glauben, dass in der Tat sowohl unsere wissenschaftlichen Arbeiten wie auch die Förderprogramme im Moment vielleicht davon profitieren könnten, die Service-Robotik etwas besser in den Blick zu nehmen. Wir haben der Bundesregierung empfohlen, ähnlich wie Japan oder Südkorea, Robotikstrategien zu entwickeln, die den Bereich der Robotik ganzheitlich betrachten und nicht von vornherein mit einer, ich sag einmal, gewissen Fixierung auf den Industriebereich arbeiten. Was in der digitalen Wirtschaft noch viel stärker wieder hervorkommt als in der bekannten physischen Realität, wo wir produzierende Unternehmen haben, die mit großen Anlagen, mit einem Kapitalbestand arbeiten, ist das Eigenkapital wichtiger wird als Fremdkapital. Viele der jungen Unternehmen, die wir jetzt sehen, haben eigentlich kein Anlagevermögen. Das heißt, wenn Sie sich die Bilanzen dieser Unternehmen anschauen, steht da auf der Aktivseite fast nichts drin. Denn das, was die aufgebaut haben, ist Prozesswissen, vielleicht das eine oder andere Patent, eine Marke, alles Dinge, die nicht notwendigerweise genau wertgerecht bilanziert werden können. Das ist aber Eigenkapital im eigentlichen Sinne. Diese Unternehmen werden durch Eigenkapital finanziert und nicht durch Fremdkapital. Sie nehmen Wagniskapital auf. Das ist uns in Deutschland auch immer noch vielleicht eine Finanzierungsform, die nicht ganz so geläufig ist, obwohl sie an Bedeutung zugenommen hat. Unser Steuersystem ist noch immer sehr auf die alte Welt ausgerichtet. Wenn wir in Deutschland eine Steuerreform diskutieren, dann kommt der Finanzminister und sagt, ich hätte gern höhere Steuertarife. Und die Industrieverbände sagen dann vielleicht, naja, wir stimmen zu, aber dann musst du uns bessere Abschreibungsbedingungen geben. Von höheren Abschreibungen profitiert keines dieser jungen Unternehmen, weil sie kein Anlagevermögen haben, das man abschreiben kann. Ergo leben die nur mit den höheren Steuertarifen. Man muss sich darüber klar sein, dass wir tatsächlich hier einen Umbruch haben, der uns hinbringt zu einer weniger auf physischen Anlagevermögen basierenden Produktion und Dienstleistungserstellung. Und das hat Konsequenzen für die Finanzierung, für das Steuersystem. Das hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir vielleicht Forschung und Entwicklung fördern wollen. Die Expertenkommission hat sich in den letzten Jahren sehr stark dafür ausgesprochen, intensiv darüber nachzudenken, ob wir Teile unserer Forschungs- und Entwicklungsförderung für Unternehmen nicht durch eine steuerliche F&E-Förderung darstellen sollten. Wir haben das auch in diesem Gutachten noch einmal betont. Die wesentlichen Gründe sind, wir beobachten, dass gerade in kleinen und mittleren Unternehmen erhebliche Finanzierungsrestriktionen vorliegen. Das heißt, diese Unternehmen können trotz derzeit sehr günstiger Zinsen nicht notwendigerweise den Kapitalbedarf decken, der für ihre Innovationsprojekte da ist. Üblicherweise hat der Staat hier eine Rolle im Bereich der Forschung und Entwicklung und fördert solche Projekte. Aber wenn nun erst umfangreiche Anträge gestellt werden müssen, die von einer Stelle in einem Ministerium begutachtet werden, dann müssen diese Unternehmen sehr viel Vorarbeit hineinstecken. Sie müssen unter Umständen Experten anheuern, die ihnen helfen, diese Anträge zu stellen. Wir denken, dass das ein wichtiger Grund ist, die Förderung zu erleichtern. Das könnte man beispielsweise tun, indem man proportional zu den anfallenden Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen einen Nachlass auf die Steuerschuld der Unternehmen gewährt. Ein weiterer Vorteil einer solchen steuerlichen Forschungsförderung wäre, dass die Richtung der Forschung, das Thema der Forschung in keiner Weise durch staatliche Stellen vorgegeben wird. Die Unternehmen wären völlig frei darin, bestimmte Projekte, seien sie im Bereich der Digitalisierung, der Biotechnologie, der Nanotechnologie zu verfolgen, solange es sich um anerkannte Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen handelt. Das heißt, eine solche steuerliche Förderung steuert eben nicht eine bestimmte Richtung des technischen Wandels und ist insofern auch ordnungspolitisch besonders günstig. Wenn man thematische Förderprogramme ausschreibt, dann kann man damit bestimmte Externalitäten, bestimmte Problemlagen besonders gut adressieren. Die steuerliche Forschungsförderung ist eigentlich ein Basisvehikel, mit dem man generell Forschung fördern kann und aus unserer Sicht die zu präferierende Form der Förderung.